hallo leute möchte ich euch heute hinweisen auf die farbtabelle für die farbenwelt dass sie uns gefällt nehmen wir 3.cracker.info und bringen ein bisschen farbe in die welt mit was mit einer farbtabelle müsste farbtabelle suchen auf dem blog und da ist der montag eingetragen rot da ist eingetragen der dienstag in blau und schwarz blau schwarz da ist eingetragen der mittwoch mit violett da ist eingetragen der donnerstag als gründonnerstag da ist eingetragen der freitag in grau dann der samstag in braun und der sonntag in gelb gold und danach können wir uns doch richten weil irgendwo in einem speziellen verfahren sind wir eingebettet in schwarz weiß dimensionen da gibt es gar keine farben wir lieben farben wir sind farbengründer gelb war ich groß war der rot lucifer und ein engelndrom im himmel war violett die marke keter war mit braun die martina war mit grün wieder herziehen vom sogenannten teufel damals wo er der herrteufel jetzt seinen titel her hat eingebettet also im schwarz weiß gewesen wo das universum schwarz ist und die planeten waren weiße hologramme für gründer geister die farbenwelt und in dieser farbenwelt wenn wir dann als sage haben wollen dann sollten wir uns einen plan machen welche farbe wie welchen tauch vorziehen so dass man ganz eindeutig sagen kann heute ist ein guter tag für gründonnerstag gründonnerstag oder heute sehr guter dafür den goldenen sonntag und wir organisieren uns vielleicht sogar und sagen weite teile der mitmacher sagt ja geschlossen machen wir jetzt das straßenbild schön farbe xy vielleicht haben wir dann in den farben umschließenden wiederum dimensionen mehr zu sagen als wir heute haben weil uns umschließen ordnungen die 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 funktionieren hat nur mit farbe da geht es noch nicht mal mehr um symbole da geht es noch nicht mal ja durch bis um geometrie aber es geht um farbe ja da kürzt du die grünen kennt doch die politik ich kenne doch die politik da sind die grünen die roten die schwarzen und so habe ich die farbtabelle angelegt für euch auf 3.klecker.info 3.klecker.info bis die tage gehabt euch wohl